Willkommen zu einer neuen Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach. Diesmal der sechste Part. Und ja, wir müssen einfach wieder zurück. Okay, es ist kein Ausgang, da ist Ausgang. Ja, wir haben die letzte Folge Faserblast gewonnen und haben unseren schönigen, knackigen Blaster gewonnen, mit dem wir jetzt jeden Animatronic ausschalten können, den wir wollen. Du bist ein Job, Superstar. Du hast den Faserblaster bekommen, aber du musst deinen Partyspass nutzen. Wenn du das Security Office findest, bin ich sicher, dass du etwas findest, das dir helfen wird. Okay, das sind die Toiletten. Äh, was soll ich jetzt tun? Security Office finden. Hä? Was für Security Office finden? Oh mein Gott. Ja, ich möchte speichern, bitte. Da, Security. Oh, ein Klo mit einem Geschenk. Weltall-Roxy-Schlüsseler, ne. Gregory, sie wissen, dass du hier bist. Geh die Sicherheit aufgeräte und raus. Was? Bin ich hier erstmal in Sicherheit? Äh, das, das, okay. Bowling-Karte. Ja, Schü. Freddy. Freddy. Ey, Freddy, wer hat dich leer gelutscht? Sag mal, wer hat dich leer gelutscht, Freddy, ja? Betrügst du mich? Mit einem anderen Kind. Ja, ja, ich weiß. Hör auf, irgendwelche Kinder in deinem, innen rein, rein zu krabbeln. Das ist, das hört sich irgendwie sehr, sehr, ey, was auch so. Bonnie Bowl. Ja, Bonnie Bowl. Ah, Ice Lake. Das tut weh, ah. Kann ich Roxy damit auch ausschalten? Ey, wenn ich Roxy damit... Hä, Moxie, was willst du, hä? Ich geh da nie wieder ein. War jetzt zu aufregend. Mega Pixaplex. Ja, es darf um die Level 10. Ja, hab ich jetzt auch. Ach du Scheiße. Hab jetzt kein Level 10. Da kann ich auch nicht rein. Muss ich ja hier rein. Oh, weißt du, wie sicher ich mich gerade fühle? Sicherheits niemals zuvor in diesem Game. Ich bin der sicherste Mensch auf Erden, hab ich das Gefühl. Ja, ich möchte bitte überspielen. Ah. Ah, jetzt können wir hier auch rein. Merken, das ist kein guter Taschenlampe-Ersatz. Kein guter Taschenlampe-Ersatz für dieses Spiel. Was? Was? Nur ein Saugwisch-Roboter 3000? Oh, ich finde euch so süß. Am liebsten würde ich euch umarmen. Macht die bitte in Wirklichkeit. Auch wenn das Verschwendung ist. Freddy-Gesichtsschürfen. Oh. Was? Was ist das? Will ich nicht Sponnybowl rein? Na, was soll's? Dann fahren wir eben in den Untergrund. Ey, für so einen kaputten Fahrstuhl funktioniert die Mucke noch relativ gut. Oh ja, leg dich voran. Bin ich gerade teleportiert? Also hier ist ein, äh, statischer Screen-Fernseher. Den man zum Beispiel auch sieht, wenn man stirbt. Wash hands, must wash hands. In the kitchen, tie up your hair. Unsafe, safe. Ah, okay. Jaja, das ist nur die Masche. Die werden immer so angezeigt, als wären sie super. Kann ich bitte... Taschenlampe. Was ist das hier? Ich bin in der reinensten Absteige gelandet. Schau mal, Freddy. Freddy! Ich finde ihn so geil. Du kannst ihn zwar wenig benutzen, aber er ist für das, dass du es benutzen kannst. Ey, was ist hier passiert? Habt ihr den Party geschmissen? Oder ist das der alte Pizzaplex? Und wir haben einfach gedacht, ah, reißen wir den alten nieder. Holen uns einen neuen. Bauen den einfach drüber. Wird schon niemand merken. Plotfest, das Ding war eigentlich unterirdisch. Haben sie aber gedacht, ist keine gute Idee. Und haben sie überirdisch wieder gebaut. Okay, hier haben sie einfach die Tür zugemauert. Ja, hier hatten sie einen Einkaufsladen. Kaffeemaschine. Müll. Noch mehr Müll. Zement. Roboter. Essen. Äh, Kantine, ne? Okay, es ist einfach nur eine zerstörte, leere Kantine. Gut, verstehe ich. Guck, sag ich schon. Der Akku ist wieder leer. Als hätte ich den fünf Stunden benutzt. Nein, der geht nach zwei Minuten sowieso wieder aus. Komischer Roboter. Geht nach zwei Minuten aus. Ja. Da steht Security Level 3. Was macht denn... Ich hab drei. So. Was mach ich hier eigentlich? Ach. Weißt was? Ich verpiss mich wieder nach oben. Das ist mir ein bisschen zu eklig hier. Wo bin ich denn jetzt wieder hin? Äh, oh mein Gott. Ich denke einfach mal, ich sollte hier nicht sein. Einig umfällig drauf, dass ich hier eigentlich nicht sein sollte. Ah, verstehe ich. Ähm, das ist... Ich geh jetzt von der Woche. Wir sehen uns. Von der Woche. Wir sehen uns gleich. Leute, hier ist Vanny Ich wusste gar nicht, dass Vanny hier rumläuft Die alte Schabracke Sorry für meine Ein bisschen Kraftausdrücke Das, äh Nein Ich bin die Best Sneak away Was macht Vanny da? Ich hab gedacht, die ist weg Die kommt nur so zu bestimmten Zeiten Nee, nee, die kommt direkt Die will dich nur tot sehen Also, äh Die anderen sind ja schon doof Aber Vanny ist die Schlimmste Weil die dich überall findet Und die tötet dich halt auch überall So Kann ich hier bitte Hm, hm Bone Bonnie Bowl Warum gibt's hier Bonnie aber nicht? Bonnie Bowl without Bonnie Nee, das ist ein bisschen traurig Ja Ich möchte überschreiben Bitte, danke Das ist doch nicht eine Bowling Arena hier Das ist alles, aber kein Bowling In einem Bowling gibt's keine Arcade-Halle Noch keiner Ich hab noch nie eine Bowling-Bahn In einer Arcade-Halle gefunden Das ist eine Bowling-Bahn Ich versteck mich mal kurz hier So Wir haben 10.000 Aha Monty Upgrade Wartungsbericht Monty Dank der Upgrade-Ton Montgomery's Clown Kann er Bass spielen Nach dem Auftritten Sorgt er damit meistens nur für Info Wird langsam teuer Ständig den Zaun zu flicken Ho Roxy Upgrade Wartungsprotokoll Roxy Roxy sieht die Dinge völlig anders als die anderen Mit diesem Upgrade sollte sie mehr Rennen gewinnen Es gibt jedoch ein paar Nebenwirkungen Manchmal startet sie auf eine Mauer Und redet mit dem Bots auf der anderen Seite Das heißt Sie kann einfach durch Wände sehen Sie hat einen röntgen Blick Chica Upgrade Wartungsprotokoll Chica Chica Lass sie nicht singen Das bringt die Navigation der anderen Bots durcheinander Es war einfach nur brutal Als sie während des Live-Auftritts gesungen hat Stuff-Bots Die Tablets fallen Die Tablets fallen diesen Chaos Verletzte Gäste Zwölf Anzeigen Test-Experimentale Sprechbox Fehlgeschlagen Austausch empfohlen Chica-Bericht Bericht für alle Überfehlfahrten Chicas Persönlichkeitschip Hatte schon immer seine Eigenheiten Aber der neue Monty Mystery Mix Slush-Sirup mit Pizza-Geschmack Hat ihre Programmierung echt übel mitgespielt Sie hat seineswegen schon Gäste, Mitarbeiter und Stuff attackiert Wir sollten den Monty Mystery Mix zurückrufen Bevor wir mit Anzeigen überschüttet werden Keine Fragen Neuer Mitarbeiter Leitende Sicherheitsangestellte Keine Qualifikation Interner Referenzname nicht genannt Besteckt den Mix Refrux-Mitleidung Britta bringt den gesamten Monty Mystery Mix ins Eiscremelager hinter der Bowlingbahn Weitere Anweisungen folgen Belegschaftsfeier Erinnerung für alle Mitarbeiter Die Belegschaftsfeier findet diesen Donnerstag um 23.30 Uhr statt Teilnahmepflicht für die gesamte Belegschaft Es gibt Kuchen Kündigungsbrief An alle Mitarbeiter Gute Neuigkeiten Da das Projekt Stuff so erfolgreich ist Müssen wir nachts nicht mehr so viele Stunden besetzen Mit sofortiger Wirkung wird die Nachtschicht reduziert Viel Spaß mit der zusätzlichen Zeit mit eurer Familie Okay, also Äh, Chica liebt Monty Mix Und Monty Mix mag Chica nicht Und deswegen, dass es hinter der Geiler Stuff Ähm Ja Hallo? Oh, okay Das ist die Bowlingbahn Bowling Und wo ist der Mr. Ray Rex? Wir sind hier Ist das Bonnys Platz? Das Attraction ist temporally closed Please enjoy another Attraction Nein, Bonny Bonny ist tot Nein Hier, wir sind hinter der Bowlingbahn Warum können wir uns hier verstecken? Unter oder hinter? Was hat sie gesagt? Sie haben gesagt hinter Was ist hinter? Hier ist Gold Monty 205 Okay, also Es sind die selten Die Gold Plushies Kann das sein? Oder bin ich doof? Ich glaube die Gold Plushies Sind einfach so Sammlerstücke Die du sammeln kannst So ein bisschen Spaß Ah, hier hinten ist noch was Ist das der Monty Mix? Monty Mix Ich suche dich Monty Mystery Mix Das sieht aber nicht gerade lecker aus Bin jetzt in der Müllpresse In der Küche Wie kommen wir denn zur Küche? Ich weiß nicht mehr Wie man zur Küche kommt Äh Äh... Freddy! Lass mich rein, Freddy! Oh! Hey, Chica! Ich bin dein Freund! Nein! Ich bin dein Freund! Ich bin dein Freund! Das ist scheiße! Warum? Warum? Warum, Chica? Warum tust du mir das an? Warum, Chica? Wo bin ich hier eigentlich jetzt? Ich bin wieder hier. Scheiße. Da muss ich den ganzen Scheiß nochmal sammeln. Ach, komm. Warum kommen jetzt die ganzen Endoskelette wieder her? Was ist das denn jetzt wieder? Nee! Ich will meine Ruhe mal haben. So, ich bin diesmal weggekommen, ohne dass mich 25.000 Animatronics hier verfolgen. Okay, woher jetzt ab? Moin Freddy! Shu? Du hast heute eine sehr gute Anden! Billy! Ich bin der Fernsehn, kommt weg is her. 저기 ist das nicht weggekommen, wondering... perm brincar ... Joh! Ich war ... rik? Armen groß ist aber so ... KonkurDaniel? Nein, Kamst ... Geigkeit sie efter ... ? Nein, Leute, wisst ihr eigentlich noch mal, wie man nach unten kam zu Chica? Ich nehm mich nicht. Ich hör doch Vanny wieder. Vanny, du kannst Leuten wirklich auf den Sack gehen, weißt du das? Oh mein Gott, wir sehen uns, wenn ich nichts gefunden hab.